Links! Rechts! Rechts! Es gibt die! Bitte ohne Kopfschmerzen! Dann geradeaus! Immer geradeaus! Und jetzt nach links! Mach ich doch! Ich bin der beste Fahrer! Dann rechts! Links! Jo, schrei nicht, Mann! Hast du mich gefickt? Ja! Vernünftig, Mann! Die fährt keine 200, Mann! Das ist richtig schlecht, Mann! Ich brauche ein neuer Motorrad! Ja, willst du auf rechts fliegen mit 200, Mann? Verdammt! Die muss ich holen! Die Motorrad ist nur gemacht für Mountain-Cross-Stricker! Ja, das ist ein Gebüsch, du Krötel! So! Wo schlepp ich den ab? Hol! Hier, frag mal die Männer hier! Hallo! Assalamu alaikum! Servus! Hallöchen! Hab ich Frage? Hab ich Antwort! Was lacht hier, Mann? Dinge! Ist hier was lustig? Ich glaube, dein Kollege hier lacht! Hä, warum lachst du? Was ist witzig, Mann? Ja, keine Ahnung, Mann! Hast du mich verarscht, Mann? Das hier sind meine... Mein Motorrad, oder was? Keine Ahnung, Mann! Verdammte Scheiße! Mann, willst du mich gearschen, Mann? Ich will einfach noch mein Motorrad wieder, Mann! Verdammte Scheiße! Du hast gesagt, das ist hier! Ja, das ist doch hier, verdammte Scheiße, Mann! Ja, das ist doch hier, verdammte Scheiße, Mann! Frag doch mal nach, halt, Mann! Ja, wo sind die hier gelandet, Mann? Dass er mich jetzt zulabert, verdammte Scheiße, Mann! Katze, ruhig, Mann! Oh, Mann, oh, Mann! Spass ist beiseite! Was ist beiseite, Mann? Ja, warte! Ich will auch... Geh wieder auf jetzt, Mann! Oha, verdammte Scheiße! Helmut, freut dich jetzt! Mach mal ganz langsam jetzt! Ja, man kann sagen, verdammte Scheiße, Mann! Ich will jetzt wiederholen, ja! Ja, ich will jetzt wiederholen, ja! Ja, ich will jetzt wiederholen, ja! Ja, ich will jetzt wiederholen, ja! Guck mal, ich habe meinen Teddy dabei, guck mal! Ja, verdammte Scheiße, Mann! Ich sehe aber da gar keinen Teddy! Oh, ich habe auch keinen gesehen! Was? Guck mal, das ist ein Teddy! Nee, ich sehe auch keinen Teddy! Ja, ich sehe auch keinen Teddy! Kann nicht eng gestehen, kann nicht mehr! Ja, nimm schon! Warte! Oh, jetzt sehe ich ihn! Jetzt habe ich einen Teddy! Hier, Teddy! Jetzt habe ich einen Teddy! Hallo! 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 Jetzt! Jetzt! Ja! Teddy Party! Hallo! 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 Guck mal, Teddy ist bei mir wie Super Saiyajin! Eine Frage habe ich! Ja! Ja! Kann ich Rosen kaufen? Nein, danke! Was kaufen Sie? Ich bin Rosenverkäufer bei mir damals in Tunesien gewesen, in Sousa! Ich trage und schaue immer Rosen verkaufen! Ja, ich habe immer ein paar Rosen dabei, Jungs! Hier! Hier schenke ich einen! Und wir auch! Aber du kannst keine, Mann! Verdammte Scheiße! Bei uns! Jawohl! Kommen Sie ruhig mit! Ja! 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 Bei der Rosse Kolbel! Höllerose Kolbel! Ciao! Mal Satz!!!!